Maya sah die alte Dame an und versicherte sich, dass es ihr gut ging. Sie sah traurig aus. Warum sah diese Frau traurig aus? Die letzten Male, als ich sie in der Stadt traf, wirkte sie einfach nur böse. Sie blickte sich um, sah auf das Päckchen dort und sie versuchte es aufzuheben. Ich sah ihr an, dass es ihr wohl große Schmerzen bereiten musste. Mich überkam ein Schauer von Mitleid und ich war beschämt. Die alte Frau vor mir hatte nichts Böses an sich. Sie war einfach nur unendlich traurig. In diesem Moment dachte ich mir, wenn ich das nächste Mal hierher gehe, werde ich nicht wegrennen. Ich werde ihr die Tüte in die Hand geben und mich vergewissern, dass es ihr gut ging. Es vergingen zwei Tage, bis ich wieder eine Lieferung hatte. Ich ging also wieder in das Café, holte die Tüte ab, um sie ans Haus der alten Frau zu bringen. Als ich schon fast an der Tür war, wurde ich von Mams neuen Freund aufgehalten. Er ist eben reingekommen und fragte mich, wie es mir ging. Ich versuchte ihn abzuwimmeln, weil ich es ja eilig hatte, aber er verwickelte mich in ein Gespräch. Ich erzählte ihm, dass ich das Paket schnell wegbringen muss und er bot an, mich zu fahren. Das war echt gut, denn inzwischen lag einiges an Schnee und es war auch schon recht spät. Kurz darauf saßen Sebastian und ich im Auto und fuhren den weiten Weg zum Rand der Stadt. Er meinte, dass er wartet, bis ich die Lieferung abgegeben habe und ich war sehr erleichtert. Ich war ganz froh, dass ich nicht alleine war und das gab mir Mut, um das umzusetzen, was ich vorhatte. Beim Aussteigen sah ich, dass noch immer die Zeitungen nicht reingeholt wurden. Ich ging die verschneite Treppe nach oben und stellte mich direkt vor die Tür. Ich zögerte einen Moment, weil ich irgendwie Angst hatte, sie könnte mich erkannt haben, als ich mit Olli die letzte Woche hier war. Noch während ich überlegte, klingelte ich einfach. Es dauerte und dauerte. Nichts passierte. Also gut, dachte ich mir. Dann nicht. Ich legte die Tüte ab, drehte mich um und ging die Treppe hinunter. Plötzlich öffnete sich hinter mir ganz zaghaft die Türe. Die alte Frau und ich blickten uns an. Als sie mich sah, sagte sie mir nicht Hallo, sondern schrie mich direkt an und sagte, ich solle verschwinden. Ich versuchte, mich zu erklären und ihr zu sagen, dass ich ihr das Essen gebracht habe von meiner Mom. Sie sagte nur, sie habe nicht darum gebeten und dass ich verschwinden solle. Also rannte ich wieder zurück zum Auto. Als Sebastian losfuhr, fragte er, was da eben passiert war. Ich war so aufgelöst und ich erzählte ihm alles. Ich musste es jemandem erzählen. Ich erzählte ihm von meinem heimlichen Freund, beziehungsweise Exfreund und davon, was wir gemacht haben. Ich sprach auch davon, was ich gesehen hatte und darüber, wie die Frau mir gegenüber gerade reagiert hat. Er hörte mir gespannt zu und verurteilte mich nicht. Ich fühlte mich in seiner Gegenwart wohl und zum ersten Mal, seit mein Vater uns verlassen hatte, fühlte ich mich richtig verstanden. Er könnte es sein, der mein Weihnachten ein bisschen besser macht. Ein Vater, der nicht nur einmal im Monat fragte, wie es mir ging. Er fragte mich, ob ich die Geschichte der Frau kennen würde. Als ich ihm sagte, dass ich nichts weiß, fing er an zu erzählen. Frau Knoster kam mit ihrem Mann nach Windenburg, als beide mit dem Studium fertig waren. Sie studierte Geschichte auf Lehramt und eher Politik. Sie wollten sich in Windenburg eine gemeinsame, glückliche Zukunft aufbauen. Frau Knoster war immer so nett zu den Kindern in der Stadt und alle gingen gerne zu ihr, um ihre tollen Geschichten zu hören. Sie backte auch die besten Kekse in der ganzen Stadt. Und an Weihnachten war das Haus der beiden so toll beleuchtet, dass man die Lichter bis in die Stadt reinsehen konnte. Die beiden versuchten, jahrelang ein Kind zu bekommen und gingen dafür sogar zu verschiedenen Ärzten. Irgendwie wollte es nicht klappen und beide wurden älter und älter. Sie musste circa so um die 40 gewesen sein, da wurde Herr Knoster plötzlich sehr krank. Sie kümmerte sich jahrelang sehr liebevoll um ihren Mann. Die Weihnachtsdeko wurde von Jahr zu Jahr weniger und sie hatte auch keine offene Tür mehr für die Kinder in der Stadt. Als er dann um die Weihnachtszeit starb, sah man sie kaum noch und sie schien auch Weihnachten einfach auszulassen. Nun ist sie schon eine alte Frau und immer noch alleine. Sie hat mit ihrer Art alle Menschen aus ihrem Umfeld von sich gestoßen. Nur ein junger Mann kommt regelmäßig zu ihr und darf bei ihr Reparaturen durchführen und ab und zu für sie einkaufen. Die beiden scheinen sich ganz gut zu verstehen, aber sonst scheint sie einfach niemanden an sich ranzulassen. Das ist schade, denn sie hatte die besten Geschichten erzählt und damals wurde sie von jedem in der Stadt gemocht. Wie traurig, dachte ich mir, als er fertig war zu erzählen. Ich fragte ihn, wie der Junge hieß, der sie ab und zu besuchte und ich war überrascht, als ich den Namen hörte. Es war Noah. Noah. Wir hatten nicht mehr viel miteinander zu tun, aber er war immer nett zu mir. Er half mir damals bei Mathe, da er eine Klasse über mir war, damit ich meinen Kurs bestand. Seit einem Jahr ist er mit der Schule fertig und seitdem habe ich ihn noch nicht mehr gesprochen. Als ich zu Hause im Bett lag, überlegte ich, was ich machen konnte. Ich musste etwas tun. Ich wollte ihre Situation besser machen. In diesem Punkt kam ich wohl ganz nach meiner Mom. Diese Frau soll keine Weihnachten mehr alleine verbringen, dachte ich mir. Und dann kam mir die Idee. Ich sprang auf, holte meinen Blog vor und begann zu schreiben.